Hallo, ich grüße dich. Hier ist Ina von First Launch Berlin. Heute möchte ich dir gerne das Freebook Easy Shirt vorstellen, das ich entworfen habe und zwar nach meinem Lieblingsshirt. Das war leider schon so ausgefranst und hatte schon ein Loch und da habe ich gedacht, dieses Shirt, das machst du einmal als E-Book, als PDF-Datei und dazu auch gratis für meine lieben Kunden, die mich wirklich seit vier Jahren jetzt toll begleiten. Jetzt möchte ich dir das gerne vorstellen. Dieses Shirt ist ganz einfach, es hat einen schönen Ausschnitt, einen großen Ausschnitt mit Bündchen. Bündchen sind schmal, ein bisschen unterschiedlich, aber doch schmal. Du hast natürlich die Freiheit, du kannst die Bündchen im anderen Stoff herstellen, also dass es dann halt einen Mustermix gibt oder aber du nimmst den gleichen Jerseystoff wie das Shirt. Also dieses ist halt mit Bündchen. Den Saum habe ich einfach nur versäubert und umgenäht. Gebügelt vorher und bei einem Zentimeter umgenäht bei diesem Shirt. Dieses Shirt, also das war aus Biskose Elastan. Dieses Shirt ist irgendwie Baumwoll-Mikrofasernix. Wie ich festgestellt habe, es lässt sich ganz schlecht bügeln. Da habe ich die Kanten einfach nur zweimal umgefaltet und umgenäht von innen halt. So brauchst du keinen, ähm, brauchst du keinen Oberlock. Also du kommst auch ganz gut mit dem T-Shirt zurecht ohne Oberlock. Hier ist es das Gleiche, das ist auch Biskose. Und es fällt aber ein bisschen fester. Es ist nicht ganz so weich im Fall. Da habe ich auch den Ausschnitt einfach nur umgenäht, aber diesmal vorher versäubert. Bei diesem hatte ich es halt zweimal umgenäht. Also zweimal eingefaltet, sodass keine offene Kante ist. Du kannst es natürlich auch versäubern und einfach, ähm, die versäuberte Kante offen lassen. Du kannst es aber auch gar nicht versäubern. Also du bist da total frei. Du hast da viele Möglichkeiten, dieses Shirt zu entwickeln und auf jeden Fall ist es schnell gemäht. Und das schafft jeder, auch jeder Anfänger. Das Facebook kannst du dir runterladen. Unten ist der Link dazu. Du kannst es in meinem Shop gratis hier downloaden. Dieses ist aus Baumwoll-Jersey. Ein ganz feines, es gibt es ja kaum noch, also selten, dass man noch so einen schönen feinen Baumwoll-Jersey stattfinden kann. Auf jeden Fall sitzen diese Shirts ganz unterschiedlich. Von der Weite und vom Fall her. Das wollte ich dir halt nur sagen. Ich wünsche dir viel Freude beim Nacharbeiten und beim Design und freue mich, wenn vielleicht ein Näherfolg oder das fertige Shirt mal auf Facebook bei mir postet. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.